Überraschung und überraschend. Hier geht's. Zu Hause, Tess. Um, nur damit es draußen ist, kann ich nicht schwimmen. Sie sieht, wie es auf der rechten Seite ist. Seid mich. Sie kann nicht schwimmen. Ich bin glücklich, Marlene hat euch alle. Was meinst du? Ich weiß, dass ihr euch nicht bezahlt habt, aber... Ähm, ich versuche etwas zu sagen. Ja, sicher. Na, da haben wir schon was. Melinda Davidson. Und dann können wir hier hoch. Meine Hose ist ganz nass. Wie heißt das Ding? Das habe ich noch nie gelesen. Oh Gott, ne, das Wort spreche ich nicht aus. Ich kann's zwar, aber wenn ich's im Stream versuche, feil ich's sicher. Das kenn ich doch. So, rein da. Nein. Nein, 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 nein. Glaub, der ist tot. Was passiert jetzt? Ich weiß nicht. Was machst du, Tess? Oh Gott. Vielleicht haben sie, äh... Vielleicht haben sie eine Mappe. Oder, äh, etwas, um zu erzählen, woher sie sind. Wie weit sind wir das? 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 Das ist ein Lab of theirs. Oh, sie hat nie gesagt. Sie hat nur erwähnt, sie hat nur erwähnt, dass es irgendwo in der Westen war. Was machen wir hier? Das ist nicht wir. Was wissen wir über uns? Was für mich? Ich weiß, dass du besser als das ist. Wirklich? Guess was? Wir sind Leute, Joel. Es ist so ein langer Zeit. Nein, wir sind Survivors. Das ist unsere Chance. Es ist vorbei, Tess! Wir versuchen. Wir gehen nach Hause. Ich bin nicht... Ich bin nicht... Ich bin nicht woher. Ich bin nicht woher. Das ist mein letzter Platz. Was? Unsere Glück hatte ich raus, schneller oder später. Wir gehen nach unten. Wir gehen nach unten. Nein, nicht! Nicht mich. Nicht mich. Gott, was. Sie ist verankert. Sie ist verankert. Joel. Ich will nicht. Ich habe es nicht für mich. Ich habe es nicht gesagt. Ich habe es nicht erwähnt. Ich hab es nicht. Ich habe es nicht erwähnt! Ich mache das nicht. Ja, du bist. Schau, es ist genug hier, dass du eine Art von mir fühlst, damit du sie nach Tommy zu bekommen hast. Oh Gott. Sie sind hier. Dammit. Ich kann dir ein paar Zeit, aber du musst du weg. Du willst, dass wir dich hier einfach verlassen? Ja. Es gibt keine Weise, dass... Ich werde nicht in einer dieser Dinge sein. Ich werde das einfach für mich. Ich kann es finden. Nein, nein, einfach weg! Jetzt gehen wir. Ellie. Ich bin sorry, ich habe nicht gesagt, dass ich das nicht... Geh ein Geheimnis. Ich weiß, dass du da bist! Schraub dir deine Fähigkeiten, um mit deinen Händen aufzunehmen! Was ist das? Ich kann nicht glauben, dass wir das gemacht haben! Stopp. Wir haben nur sie zu sterben. Stopp. Bleib bei mir, wir müssen uns gehen. Oh Mann. So, einmal das hier machen, damit wir das mitnehmen können. Ja, sie ist infiziert! Was habe ich dazu sagen? Fuck! Bitter für sie. Richtig bitter. Immerhin. Verschafft sie uns so etwas Zeit. Ist ja ganz nett vor ihr. Und sie ist tot. Ich habe zwei von meinen Männern ausgenommen. Tess. Ich habe das gehört. Ich habe das gehört. Ich habe das gehört. Ja, Herr. Sie werden bald hier sein. Danke. Da wäre ich nie selbst drauf gekommen. Aber nie. Gut, dass du mir das gesagt hast. Einmal springen. Oh, das war ein Wahnsinnsprung. Hier gibt es eine Waffe für mich. Oh ja. Aha. Meins. Das gehört mir. Mir ganz allein. So, dann nehmen wir hier wieder den Revolver raus. Übrigens auch meiner Ansicht nach sehr schön gemacht hier, dass man die Waffe auf dem Rücken trägt. Ich habe das. So was hat man ja auch nicht... Warte. Wer ist denn da jetzt runter gesprungen? Das habe ich noch nie bemerkt. Was geht denn da ab? Ja, hat man... Oh ja. Hat man nicht bei vielen Spielen so was? Ich schätze so was, ja. Finde ich immer ganz toll. Wenn die Leute so was machen. Also, die Entwickler. Dass man die Waffen noch sieht. Lauter solche kleinen Details, ne? Oh oh. Well fuck. Au, ja. Autsch. Ja doch. Darf ich auch mal hier? Und zack. Und hier noch ins Gesicht und... Und du schießt gleich auf mich. Ich glaube ich bin tot, oder? Au, au, au. Ja, ich bin tot. Und in den Kopf. Aber direkt in den Kopf. Ich war aber ziemlich sicher, dass ich den immer als erstes ausgeschalten habe. Aber offenbar... Nicht. Habe ich mich wohl geirrt. Tja. Passiert. Solange es nur das ist. So habe ich. Oh je. Ah, der geht wieder. Ich hab's bis jetzt immer noch nicht so ganz durchschaut, ob die jetzt feste Wege haben oder nicht. Oh scheiße. Oh Schande. Oh Schande. Oh Schande. Na komm her. Ach da steht auch einer. Ah, da steht auch einer. Gott, ich stell mich hier an. Ach, da ist noch ein... Oh, fuck, ein Doodly-Doo. Und hier ins Gesicht. Oje. Da ist einer. Warte, erst mal heilen hier. Oh Mann. Das kommt nicht schon mal besser. Wenn man hier streamt, ist alles irgendwie schwerer. Das kann man mir jetzt glauben oder nicht. Aber es ist tatsächlich so. Na komm her. Ja, macht das mal. So, dann hier vor hinten. An die Sache rangehen und du bist tot. So, wieder einer weniger. Und du bist der Letzte. Guten Tag. Au. Hat sicher weh, oder? Komm her. Dann hier runter. Oh. Ja, das nehme ich mit. Gib mir das. Dankeschön. Ich weiß es schon. Naja, nicht die genaue Zahl, aber so in etwa. Automatisches Speichern ist momentan, ja, läuft, ist mir egal. Ich will hier selbst speichern. Sicher ist sicher. So, genau. Das ist auch so eine Stelle, die hatte ich noch nie so richtig drauf, muss ich dazu sagen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Leute sind das. Ich meine, es sind viele. Echt viele. Ne, komm, ne, putz, ne, komm her. Und, du bist tot. Wart, was, du dämlicher Arsch. Oje. Wo sind die? Da. Wo hinten auch noch jemand? Ne. Oje. Oh, Leute, das wird ein Fail. Oh, Mann. Oder weißt du was, eigentlich, könnt ihr hier... Moin! Ins Gesicht! Oh, Mann! Genau so funktioniert das hier. Er kommt von hinten, der kleine Bastard. Ja, so nicht, Kollege. Lass mich doch hier. Ach, da steht noch einer. What? Ne, hinter mir. Ah. Nope, nope, nope. Oh, Gott. Du gehörst mir. Wißt du, dass ich deinen Freund umbringe, hä? So dämlicher Idiot. Und jetzt verreck. Ja, mit ein bisschen Waffengewalt funktioniert das. Ist zwar eigentlich nicht so, wie ich das lösen wollte, aber bitte. Ihr habt mir ja keine Wahl gelassen. Tut mir leid. Wobei, ich meine Ressourcen... Oh, da ist ja noch einer. Lass, hör auf damit. Oh, Christ. Wenn ich mich immer lang genug verstecke, dann wissen sie nicht mehr, wo ich bin und dann passt es schon wieder. So. Stellen wir mal noch ein Medikit her. Die verbrauche ich ja gerade wie hier. Da kommt da jemand? Ne. Hört auf zu wissen, wo ich bin, Leute. Bitte. Die gehen aber da auch gar nicht weg, ne? Die bleiben da einfach... Knallhart bleiben die dort stehen, wo die gerade sind. Ah, der ist weit weg. Haben die beiden einen Helm? Die haben beide einen Helm. Ja, Helme sind uncool. Hallo, Luzi-Woods. Werds ja willkommen im Stream. Ich hoffe, du hast Spaß hier. Guten Tag. Geh mal vorbei, ne? Heißt du Bescheid? Gibt es hier vielleicht was hier drin für mich? Ne, offenbar nicht. Ich spiele auf Playstation 4, vor allem weil das Spiel gibt es auf Xbox nicht. Also, ganz offensichtlich Playstation. Oh, da gibt es den Last of Us auf Xbox, nee, oder? Nee, das ist doch Playstation ohne, soweit ich weiß. Weißt du was? Jetzt kommt der hier, kommst du rein, oder? Komm mal, ich habe noch eine Box. Er kommt nicht rein. Wir machen das jetzt auf die Fiese, Art. Joel, da ist jemand, der da ist. Wer ist, dass er da... Lauf! Jesus! Da sind Städte, da ist. Bleib hoch. Sie folgen uns! Was ist denn da? Oh! Lauf, lauf, lauf! Ja, das kann schon sein, dass du den Stream von der Xbox aus siehst, aber das heißt ja nicht, dass es das Spiel auf der Xbox gibt, oder? Ich meine, ich kann mir das auch vom PC aus anschauen und das gibt es definitiv nicht am PC. Ich verstehe das, wie in der Hölle hast du in diese Sachen? Ich war nicht mit dir lachen. Hast du sie gesehen? Nein, das Ort ist leer. Ja. Search the area. Find them and get the hell out of here before any clickers show up.